Für ein kleines und mittelgroßes Unternehmen kann ich sagen, wir sind schon stark digitalisiert. Momentan wird eher auf Arbeit so der Stiefel gefahren, es läuft doch, es geht doch, also was müssen wir denn ändern. Dass das dann irgendwann mal Digitalisierung heißt, wussten wir im Jahre 2016 noch nicht, aber wir wollten einfach sehen, wie geht es unserer Fertigung, wie geht es unseren Maschinen, wie geht es unseren Anlagen. Das war eigentlich der Beweggrund, warum wir dann auch eine Digitalisierungsstrategie gestartet haben. Es wird eigentlich stets und ständig das Gespräch benötigt, um klar zu formulieren, was soll durchgeführt werden, was ist das Ziel, was wird benötigt, um das Ziel zu erreichen. Wir haben gelernt, dass Digitalisierung die Menschen an der Arbeit unterstützt, an der Arbeit unterstützen soll. Es soll die Arbeit erleichtern, es soll sie gesünder machen, trotzdem effizient. Es soll Spaß machen, um zu arbeiten. Ziel ist es, dass dieses Geschäft auch ohne meine Anwesenheit funktionieren kann, dass also alle Informationen, die zur Durchführung von Aufträgen notwendig sind, dass die verfügbar sind. Und wenn Sie so ein junges Team, wir haben ein Durchschnittsalter von 35 Jahren, wenn Sie so ein junges Team eben hier ansässig haben, möchten Sie sich auch gern halten und Sie müssen sich auch ein Stück weit an den Menschen orientieren in Zukunft. Früher sind wir eine halbe Stunde rumgelaufen und haben diese Aufträge gesucht. Ich mache einen Mausklick und habe halt das Ergebnis. Das ist speziell auf uns Mitarbeiter abgestimmt. Mit Bildern kann ich das hinterlegen, dass ich sehe, okay, so hat es derjenige eingebaut, dass die Kühlung ordentlich drauf ist und so weiter. Und dadurch kann ich meine Rüstzeiten extrem verkürzen, kann alles nachvollziehen. Letztlich sagen wir mal, findet man immer eine Lösung. Das wäre vielleicht einfacher, wenn der Chef das auf Ihrem Tablet oder im Handy einklimmern könnte und dass das für mich gleich ersichtlich wäre. Das ist nicht meins, aber wenn es eben irgendwann dazu kommt, werde ich mich damit auseinandersetzen müssen. Das ist natürlich klar. Ein paar Jahre habe ich ja noch bis zur Rente. Das Thema Digitalisierung, Planung, Struktur, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Aber mir fällt immer der Gesprächspartner. Und das muss ich wirklich sagen, das habe ich jetzt durch das Projekt und eben hier in dem Fall durch Frau Preuska. Wir haben dann, nachdem Herr Pohl uns sein Vorhaben, seine Problematik geschildert hat, festgestellt, dass es tatsächlich am besten zu uns, zum Zukunftszentrum Sachsen passt. Und deswegen bin ich dann auch hierher gefahren. Also in diesem Tool wird es der Tischlerei dann möglich, diese transparente Arbeit zu gewährleisten. Die Mitarbeiter können über die App-Lösung dieser Software selbstständig die Termine einteilen, wann sie gern was machen können, wie es in den Wochenplan passt. Die Informationen, die die Gesellen dann aufs Handy oder Tablet bekommen, sind alle die, die direkt mit dem Auftrag zu tun haben. Ja, als das dann angefangen hat, es gab halt so eine Grundversion und die haben wir erstmal den Mitarbeitern gegeben. Dann kamen natürlich sofort Verbesserungsideen von den Mitarbeitern und die haben wir dann weitergetragen und umgesetzt. Ja, da hat sich auch herausgestellt, dass es wichtig ist, die von Anfang an mit einzubeziehen und auch nach ihren Meinungen zu fragen. Weil oftmals kommen auch dann durch Mitarbeiter Ideen hervor, die man jetzt nicht auf dem Schirm hatte und die Mitarbeiter, die tagtäglich damit umgehen, eine ganz simple Lösung auf den Tisch bringen, die uns so noch gar nicht bewusst war. Aber auch der Berater und auch der Entwickler sind natürlich dann aufgerufen, die Mitarbeiter an dieser Stelle zu begleiten, weil sie als Unternehmer können das alles allein nicht abbilden. Durch die Digitalisierung ist es natürlich möglich, flexibler zu arbeiten. Das heißt, in der digitalen beziehungsweise in der arbeitsplatznahen Weiterbildung in Schulungen der Mitarbeiter, da ist noch Bedarf. Wir entwickeln E-Learning-Konzepte, E-Learning-Module. Das heißt, wenn er ein iPad hat, wenn er Zugang hat, kann er diese Schulung auch zu Hause machen und ist dadurch flexibel, kann das selber gestalten, ist unabhängig, kann sein Lerntempo selbst bestimmen und das sind alles so Vorteile, die mit unserem Angebot einhergehen. Es gibt weniger Zeitverlust in organisatorischen Dingen. Es ist alles nachvollziehbarer, planbarer. Digitalisierung macht den Betrieb, definitiv. Das kann ich aus meiner Erfahrung aus den letzten vier Jahren sagen, zukunftsfähig.